Hallo Clothit! Wir gehen kurz mal runter in den Keller. Gott sei Dank ist er nicht reingelaufen. Gott sei Dank ist er nicht runter gekommen. Das wäre die schnellste Runde gewesen. Den Keller hat uns keiner geholt bei Hillybilly. Ich weiß nicht ob er ihn runter bringt. Problem. 4, 5, 6, 7. Jetzt sind wir unsichtbar. Dennoch befürchte ich, dass er weiß wo wir sind. Oh Gott, das ist richtig anstrengend mit ihm zu spielen. Achso meinst du das? Ja du dürftest aber ihn an mir verkaufen. Als Masrottchen. Interesse besteht. Sein, das hängt natürlich sehr viel Herz. Das will ich dich natürlich nicht einreden. Wenn viel Herz dran hängt. Und Arbeit. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist auch wieder geil, ne? Das war's. Das war's. Ja, klar, wenn der Erste bei dir bleibt, dann bleibt der Erste. Wenn er genauso schön aussieht oder so süß aussieht, dann nehme ich gerne ein. Kein Problem. Das war keine gute Idee. Das war wichtig. Zum einen. Es war sehr wichtig, dass ich den anderen noch aufgeholt habe, sonst ist es richtig schwierig gewesen. Ja, oh Gott, das will ich nicht für dich nicht um die Bruchsetzung. Wäre aber cool, wenn er als Maskottchen quasi irgendwann mal neben den Stream sitzt. Gleich schon mal war er gesagt, er war ein bisschen eifersüchtig. Dass sich jemand so viel Mühe gibt, das ist schon ein schönes Gefühl. Jack, Fleisch haben wir? Ja? Kannst du Fleisch haben, Mensch? Die kriege ich da nicht raus. Das wird böse. Das wird sonst böse enden, wenn der ihn jetzt noch in den Keller schickt. Dann kommt's auch... Oh... So? So? Das war's für heute. Das war auch wichtig. Ein Block noch kassiert, sehr schön. Ein Kuschelsteak wird doch auch süß, genau. Der ist richtig niedlich, ja. So, den wollte ich direkt neben mir. Irgendwie so einen kleinen Hocker. Oh, sie ist tot. Fuck my life. Das wusste ich nicht. Sorry. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, mein Fehler. Aber ich hätte dann auch nur noch einen Schlag blocken können. Das wäre dann auch ziemlich doof gewesen. Dann wäre sie ja trotzdem gehangen, weiß nicht. Afiba, grüße dich. Hallo. Und guten Abend. Ich wollte jetzt hier noch einen Hit tanken, aber das bringt halt nichts. Dann bist du auch noch verletzt. Und sie wäre eh tot. Dadurch, weil der Haken ja 5 Meter schon die nächste Reichweite war. So was dann lieber ruhig halten, weg und versuchen, jemand anders noch zu helfen. Dann kriegt ein gar nichts. So, jetzt haben wir den verbraten hier. Bauern Toolbox. Braucht keine Sau. Aber der hat kein Barbecue und Chili, habe ich das Gefühl. Oder er kann es sehr gut verheimlichen. Kann ja auch sein. Ich bin sehr knuffig, ja. Ich habe auch deine anderen auf deinen Twitch-Seite begutachtet. Sind auch sehr schön geworden. Also ihr könnt generell mal auf Zwergel ihre... Oder der heißt auch Maleficient oder... Heißt du da Zwergel? Ich glaube Zwergel, ne? Heißt du da. Ja. Da könnt ihr gerne mal auf die Twitter-Seite von ihr gehen. Da hat sie die ganzen Stoff-Maskottchen von den Streamern und auch eigene, die sie gebastelt hat, fotografiert. So, also dann verlieren wir dann mal den Faden, dann wird es zu lange und dann... Ach. Weil mit der Achse in der Hand ist echt herzig. Na, die kämpfen da oben. Ich bin auch mal effizient. Da war employers... Daarge etwas Zwerg. Ich bin auch sehr Annok Return aineinig. Der ist immer mehr... Wischig. Na, die war ich so. Da war es noch nie. Da war ich mich. Da war ich mich. Da war ich nicht. Da war ich mich. Da war ich schon. Oh, das war es eigentlich. Da war es noch nicht so, Zweite Chance. Zündeln. Jawohl. Der hasst mich. Jetzt hat er mich. Hallo, ich bin's. Ey, ich hab ihn lang genug hingehalten, dass die andere das auch machen kann. Fertig. Mein Ziel wurde erreicht. Mission complete. Fliehen Sie oder eine andere Person. Ich wurde rausgejagt, ich konnte dir nicht helfen. Oh Gott, Jesus. Habt ihr gesehen? Ja, ich brauch die Punkte. Hallo? Muss daddeln. Ich muss daddeln. Oh Gott. Ich daddeln. Ich daddeln. Daddeli daddeli du. Ich hör dir nichts zu. Du bist ein stinkender Billy. Keiner mag dich lieb. Äh, keiner hat dich lieb. So. Du hast nen scheiß Cowboy-Hut auf. Und spielst trotzdem kein Hunt in Showdown. Oh, daddeln. Komm jetzt. Ja, genau. Kannst ein bisschen Chainsaw spielen. Kein Massaker. Texas oder so. Das erste, was ich bei Dadd by Daylight machen würde, wickel nicht auf Space, sondern auf X. Für alle Angehörigen das Beste. Glaubt mir. Ich denke, wenn ich in Urlaub bin zwei Wochen oder so, dann hab ich immer gedacht, oh Gott, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt abends als Ausgleich, weil es einfach mit Leuten austauschen ein bisschen. Ich war im Dezember vier Wochen in Reha mit Internet vom Hell. Äh, das ist furchtbar. Das ist eine 2K-Leitung. Äh, nicht mal. Also es gab einen öffentlichen Telekom-Hotspot und einen hauseigenen Hotspot. Und der hauseigene Hotspot kostete irgendwie 10 Euro für 10 Stunden. Wow. War aber auch nur in öffentlich zugänglichen Plätzen verfügbar. Das heißt, äh, ne? Uncool? Kann ich hier DVD spielen? Nein. Nein. Da konnte ich nicht mal mehr Twitch gucken. Da konnte ich Twitch hören. Da konnte ich nicht mal mehr Twitch gucken. Da konnte ich Twitch hören. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, wie es die Nurse gerade direkt vor meiner Nase einen umgeklatscht hat. Das ist schön. Das ist ein Willkommensgeschenk quasi. Wie so eine Katze, die ihre Beute vor deinen Füßen legt. Ja. Hab ich gefangen für dich. Mhm. Toll. Oh, ich hab ne grüne Karte für dich. Oh. Sie kommt zu dir. Sie kann dich hören. Die Nurse ist noch bei dem... Am Haken. No. Nein. Jetzt rennt er weg. In deine Richtung. Super. Ja, ich... Wir haben Patrouillierenden. Oh, ja. Ah, hier. Willst du die haben? Ja, dann nimm du mal den Insta-Heal hier mit. Oh, das ist besser, ja. Wie gemacht für mich. Dann geh ich mal weiter suchen. Das Problem ist, ich hab... Ich hab kein Borrowtime. Ich kann die nicht irgendwie pflücken. Nee, ich auch nicht. Wenn man ihr das jetzt irgendwie vermitteln könnte. Scheiße. Hm. Ja, ähm... Jut, daraus wird nichts, was du da machst. Wir könnten höchstens ein paar Fußstopfen hier legen. So. Dup, 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 dup. Ah, ich hab das tot. Sie hat das tot. Äh. Nice. Zur richtigen Zeit. Vordernehm. Ja, die Community ist super. Also, muss man echt sagen. Ich hab da noch nie einen größeren Streit miterlebt. Natürlich hat man immer Meinungsverschiedenheiten. Kann man aber drüber diskutieren. Mein Gott. Aber... So, dass jemand sich hart angeschrien hat oder so. Nein. Das würde sich auch keiner gegen, glaub ich. Der wär nicht lange dran im TS. Das wäre besser. Pff. Dankeschön, hängt schon wieder. Oder, ach ne. Ich hab Dankeschön gelesen als Stadt Daniel. Und das wird da wahrscheinlich nicht weggehen. Ja, doch. Sie kommt zu mir. Oh, echt? Mhm. Ja, ja. Die Kunstjunge denkt sich, Lorden rettet ihr nicht. Eher Anti-Medzie. Ja, weil sie vorhin so gekämmt hat. Ja. Ah, da kam der Insta hier schon zum Einsatz. Mhm. Sehr gut. Hat mir jetzt auch geholfen. Muss ich sagen. Hatte schon grad einen riesen Respekt, als sie mich instant angeguckt hat, wo ich angefangen hab, mich zu sehen. Ich hoffe, das geht gleich weiter. Ja. Wie viel hat die denn? Drei Ports. Drei Ports. Wow. Das ist schon, ja. Richtigassig. Muss man jetzt anfangen, irgendwann mal zu heilen. Das geht ja, ne? Cool, ich spiel auch drei Port-Nurse. Immer. Zwei Ports reichen mir nicht. Die war schon wieder, wo ich bin. Mit diesen scheiß Nurse-Calling, ich hasse sie. Gut, können wir so eine Stunde machen. Kein Problem. Aber ich krieg halt keine Punkte, ne? Nur die 5000 am Ende. Und so lief er die ganze Zeit links nach rechts. Links nach rechts. Und ne Stunde später. Und die Nurse denkt, ach, fick dich doch, Claudette. Fuck. Jetzt hat sie mich, glaub ich. Ich hab meinen Vorsprung grad zerstört. Mhm. Ah, ja. Voll ins Gesicht. Meine Fresse hat sie das Ding da reingerammt. So scheiße. Aber ist das doch eigentlich ne Knochensäge? Es ist, äh, ne? Sogar ne Fuchssäge. Das ist... Einfach. Lächerlich. Mit den Dingen kannst du eigentlich nix sägen. Hatte ich in der Berg... Einen Werkunterricht. Das ist bei uns noch. Ja, sie will doch mal helfen, Bruder. Bleib doch mal stehen. Haha. Das wär witzig, wenn sie dann wirklich so ein Sunny-Päckchen auspackt. So. Und dann... Ah, ja. Mhm. Ich geh da mal. Und dann noch so ein Schupperschupp. Kennst du noch diese Schupperschupps? Haha, ja. Ja. So, hier noch nen Lolli in den Mund. Blumm. Danke. Geh, den können wir anmalen. Boah. Ich hab das geliebt, die Lutscher. Da war da mal nen Kaummi drin. Boah. Da hat sie den ganzen Speichel in den Mund zusammengezogen. So sauer war das. Dafür ging dann immer das Taschengeld drauf. Okay, jetzt sind auch schon halb mal die, äh, Seele bauen nicht zulassen, genau. Einfach mal tief Luft holen, Nurse. Einfach mal tief Luft holen. Hm, Smoothie. In der Smoothie. Sehr, sehr sauer. Nächstes Mal ein Löffel Honig mit rein. Oh, schön. Ihr hat jetzt, wir helfen immer. Oh, oh. Ach, nicht schön. Gut abgeschnitten. Hast du den Weg abgeschnitten von ihr? Sie hatten mir den Weg abgeschnitten. Oh, nice. Hast du gut gemacht. Also, hast du nen guten Port in dir, ne? Ja. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal mich heilen? Das stimmt. Die wird mich ja jetzt auch abcampen. Das dürften so 60 Meter weg sein, dann dürfst du mich noch nicht sehen. Ja, sie ist immer noch hier im Zepfen liegen. Ne, zwei anderen sitzen dazwischen noch am Generator. Ne, ich müsste ein Tor aufmachen, sonst wird das nichts mit. Ne, jetzt sind sie weg vom Generator. Ja. Na, die Nurse da jetzt. Die ist von mir auf jeden Fall weg. Weg. Was hast du denn geschlagen? Ja, die denkt, ich bin hinterm Fleischbaum. Na, sehr klasse. Okay, sehen wir jetzt alle drei? Oh Gott, nicht hierher rennen, bitte. Digga. Ich lebe mein Freund. Da bist du bekloppt. Nicht beim Heartbeat heilen, ey. Na gut, die will. Geil. Ah, du hängst noch. Sag doch was. Ja. Ich hab ja noch eine Minute Zeit. Ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Ah gut, Cloth hat das schneller. Alles klar. Ähm. Mach den fertig, okay? Ja. Meine Fresse, das ist aufregend, Leute. Glaubt ihr gar nicht. Also gegen Nurses, jedes Mal geht die Pumpe noch bei der. Das ist so wie beim ersten Spielen. Jaja. Einer der wenigen, genau wie Maja's noch. Da auch noch. Mir geht das eher beim Hillbilly so. Also Nerds? Gar nicht. Wie sie mich drückt? Was sag ich denn ernst? Ha. Fucker. Ich hab mal den, der noch nicht hing. Äh, so'n. Ich hab mal den, der noch nicht hing. Äh, so'n. Mit so'n Koffer hier steht, der ist immer fertig. Der letzten Baum auf dem Map bin ich. Ha, 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 ha. Nerdscrolling500 heißt er. Ha, 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 ha. Ja. Was passiert, wenn du loslässt in dem Moment, wo die Nerds angeportet kommen? Hm. Scheiße. Ich bin tot. Schaffen die es jetzt mal den Chen zu machen in der Mitte? Der war fast fertig. Was ist denn los? Du bist tot. Also die Barbecue und Chili wäre jetzt interessant. Ich schiss hause. Oh, und sie hat Nerd. Oh. Auf drei. Nursecalling, Tinkerer und Ruin. Ah, okay. Also kein Barbecue und Chili. Ist schon mal ein Prostrum. Aber Ruin. Ähm, 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 Nerd. Also wenn der Chen fertig ist, kommt die Nerdschelle. Erfolgreich abgeschmiert. GG Killed. Unglaublich, die dumme Kuh, ey. Perfekte Versteck. Immer mehr. Endlich am Haken guckt nie ein Killer. Nein. Vor allem, wenn Mais neben dran ist. Ja. Die blöde Kuh hat ihn bei mir abgeschmiert. Mit Absicht. Mhm. Die hat Bindung drin. Garantiert. Soll ich gucken? Nee, aber es gibt... Ja, du kannst ja auch die Spielweise nicht verbiegen. Das ist ja... Ist halt nun mal... Du kannst egoistisch spielen ins Video. Dafür ist ja auch sogar gedacht... Ja, dann zwei rennen gemeinsam rum. Das heißt, die werden wohl gerade keinen Gen machen. Echt? Ja, die wollen keinen Mythos gehen. Leck mich am Arsch, ey. Musst du alles machen, ne? Und dann rennen die raus und ich häng wieder. Mhhhhh. Die reissten Schwein. Hier ist die Hedge, merk ich mir. Ahja, jetzt ist die Nurse aber in der Nähe. Ich hab sie jetzt gesehen, glaub ich. Ich bin jetzt die eine davon, die er wollte. Wär schon. Und die hat gleich zweimal der Nurse die Palette über den Kopf gezogen. naja auch nicht schlecht läuft bei ihnen kannst du also ganz in ruhe den jen machen sie rennt immer noch der anderen naht ja sie wird aber gleich nöt haben das ist problem das kann dir ja egal sein solange wie sie die anderen umsägt und jetzt kommt die schon wieder zu dir gerannt hat die sollen aktivieren bin ich nicht der arsch ja ich höre es jetzt schon da kannst du ja nicht wissen doch was ich habe schlechtes gewissen ich habe mich jetzt gesehen leck mich doch ne sie trittet dagegen 99% denkt sie ok welcher arsch macht 99% auf diesen gen ich will mein nöt ich will mein nöt denkt sie ja hau raus mir rennt jetzt wieder der anderen danni was er immer hinterher die ist eh schon angesägt wenn sie die trifft hat sie sowieso verloren also ist nöt jetzt auch egal aber dann kannst du vielleicht noch ein tor aufmachen es geht auch noch mal am wenigsten dass ich hier helfen voll habe weißt ja und dass ich einen auf meine seite habe dadurch weil ich geholfen habe jetzt hier vielleicht ein bisschen mate mäßiger hier spielen aber ich werde hier hart kämpfen die Hedge scheiße eine agile nurse ist ja toll oh da steht das totem der andere ist gerade dran vorbei gerannt an dem haken wo ich gestorben bin ganz hinten links hinter dem zeppelin im Prinzip da wo du hinten aus dem Fenster gehen würdest ob ich das jetzt nochmal riskiere ich weiß es nicht würde ich nicht tun die ist eh dead und hoch glaube ich ja sobald sie tot ist bin ich draußen ja die andere eidelt halt noch vorm Tor rum ah sie geht jetzt nurse ist bei ihr im Ausgang ja ich habe jetzt überlegt nehm ich noch die Hedge mit nein nicht retten wohl dann lass sie hängen nein das hat ja schon viel vor und verraten dass Claudette einfach abgeschmiert hat und weggerannt ist wieder ja merkt man sich dann im Spielverlauf schöne ne schöne letzte Runde fand ich ja war sehr spannend und wir haben es trotzdem geschafft also ich ok ja du wie gesagt für mich ist das im Moment absolut irrelevant hauptsache Spaß genau hauptsache zocken und dann bedanke ich mich schon mal bei dir und wir sehen uns beim nächsten Mal würde mich freuen alles klar bis bald